Herzlich kurz zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Runde Brawl Stars und zwar eigentlich wieder eine ganz tolle Folge, denn ich habe es gestern endlich geschafft alle meine Brawl, die ich besitze, auf Rang 15 zu leveln. Man sieht hier überall das 15er, 16er oder 17er Zeichen auch einmal natürlich 18, aber ich habe da jetzt jeden drauf gespielt und es ist natürlich sehr krass jetzt sind es bei 5458 Trophäen, was eine wirkliche Zahl ist, eine wirklich tolle Zahl, denn ich bin jetzt schon knapp bei den Top 1000 dran in Österreich sehr krass auf jeden Fall und ja, dieses Video soll heute einfach wieder mal ein chill Video sein wir wollen jetzt nicht unbedingt Trophäen pushen, auch besten keine verlieren, wir werden jetzt mal mit Boco ein, zwei Runden Soloshow dann spielen. Es gibt halt noch ein ganz wichtiges Thema zum ansprechen und zwar der neue Brawler. Karl soll am 15. März erscheinen, das wäre nächste Woche Freitag und wenn das wirklich streamen sollte, dann wäre das auf jeden Fall sehr cool, was natürlich für uns heißen würde das wäre Freitag am Vormittag, da könnte ich jetzt keine Lifestyle machen, aber wir könnten dann am Freitag am Abend an diesem 15. einen Lifestyle machen mit kleinem Chest-Opening von dem Pre-Chest, die ich habe, um ihn da zu ziehen und die dann gleich auch zu spüren, wenn wir ihn haben. Das wäre schon die Idee daran. Er ist ja nur super selten. Was auch ganz cool noch ist, ähm, ich habe es gedestet wieder mal nach dem Update und Leon, der ja stärkste Ball im Spiel, ist ja noch immer das stärkste, finde ich, aber er wurde gut gebalanced und bisschen schlechter auch gemacht. Was ich so ähnlich sehr nahe finde, jetzt haben wir eigentlich kein Problem. Ja, aber klar, dass der Bruder drin schon wartet. Ah, das macht das nicht. E-Wings-Club, könnt ihr auch noch gerne beitreten, das sind sieben Mitglieder. Wir freuen uns immer auf neue Leute bei uns. Was kann man noch sagen? Da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel. Wie habe ich es geschafft, so schnell auf Rang 15 zu kommen? Ja, mit Terror ist es eigentlich sehr gut gegangen. Dann am Schluss vor allem, natürlich, da brauchst du schon eine Zeit, aber jetzt ja das neue Ziel, alle auf Rang 16 mal zu leveln. Was man sieht ja schon sehr schwer ist, wenn man 6 Trophäen verliert, wenn man 9. wird. Wir haben wieder ein kleines Problem. Boco ist von dem Schaden her wirklich sehr weit unten, also er macht kaum guten Damage. Das ist aber so vielleicht kein Social Laptop-Waller mit dem Healing bei einem Duo dann. Das heißt, wir werden hier mal hoffen. Wir haben gar kein Ziel bezüglich die Zielprofälen wollen wir jetzt kriegen. Einfachste Weg spielen, ist ja die Gewisse. Und versuchen, dass mit uns nichts fehlt. Okay, der Code noch. Und wir. Dennis wird er nicht sterben. Ja, perfekt. Okay, zweiter, perfekt. Dann auch noch was, was unbedingt, oder was wichtig ist, finde ich, und zwar der neue Spielmodus. Belagerung ist jetzt doch eine Zeit lang schon draußen. Und ich persönlich finde, man kann ihn gar nicht spielen. Also wirklich, sorry, aber der Modus ist so schwer zu gewinnen. Klar, wir sind da richtig im Teamkörper schon drinnen. Aber meistens sind die Gegner so gut aufgestellt, dass du keine Chance hast, in die Mitte zu kommen, um die Bolzen zu holen, dass du wirklich auch keine Chance hast, das Ganze irgendwie zu gewinnen. Wenn wir mit Runden in jedem, da haben wir 0 Bolzen gehabt, bis zum Schluss, kein einzigen gesammelt. Und das ist jetzt der Ding rein, ich glaube, dann andere. ich will den holen das kommt einer da ist auch noch einer tot ja gewinnt er kurz vor Level 98 sehr schön auf jeden Fall so 1,2 Runden gehen noch mal schauen falls ihr wieder Ideen habt schreibt mir gerne mal in die Kommentare in welcher Zeit jetzt bin ich für die Frage welche Lieder soll ich machen gibt es da irgendwie drauf was sehr interessant wäre auf jeden Fall 5. März Freitag ist das ein Freitag der ist eigentlich wieder da auf jeden Fall Oh Gott hier ich hier 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 Jetzt bringe ich nochmal Druck, sehr schön, gleich unsere Spezialbauer, perfekt, oder das gibt ja quasi irgendwie anders, ja bekommt aber Druck, da sind zwei, ja einer dort, da ist nach dem. Okay. Ohohoho. Ein Schuss. Ja moin. Das geht natürlich sehr schnell, aber wir haben uns mit Bokogu drauf gespielt. Sehr schön. Finde ich sehr nice. Und ich würde sagen, das war es in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Freitag, würde ich sagen, kommt dann das nächste Video. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Ciao.